manchmal habe ich das gefühl dass ihr euch abspricht weil jetzt haben einige von euch noch von kurzer zeit gefragt was denn dieser knubbel hier bei manchen kabeln bedeutet was ist der knubbel oder gegen was manchmal sieht man auch bei netzgeräten sieht dann so aus naja die kurze antwort ist der ist gegen funk störungen damit sind wir jetzt eigentlich fertig ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit bitte denkt daran das video zu liken ja war jetzt nur ein witz die erste frage wäre relativ einfach zu beantworten wir schauen einfach mal rein was ist in dem ding drin und bevor fragen kommen das ist so ein antikes vga kabel da wo hat man so früher analoge videosignale drüber übertragen das musste auch eine leitung sein die schon wieder fast zu dünn die qualitativ hochwertig und die signale durften nicht gestört werden schauen wir mal rein falls ihr neu auf dem kanal seit zerstörung ist teil des konzepts auch teil des konzepts ist ein einsatz mit einer verrosteten beißzange man sieht eigentlich schon so ein bisschen wurde es hinführt ich kann jetzt hier den kunststoff noch weiter abreißen aber das ist eigentlich relativ egal ihr seht das ist eigentlich das sieht aus wie so metallrohr ja gut es ist fertig und da führt die leitung einfach durch damit ist das rätsel ja dann gelöst oder auch nett denke ich mal möglicherweise habt ihr diese teile schon als nachrüstsetz gesehen und zwar wenn mir das ist nicht abgebrochen wäre hier in form von diesen beiden kunststoff hälften und da kommen dann diese beiden verritthälften rein ungefähr so und die werden dann zusammengeklappt um das kabel drum schnackeln dann ein und das ist dann die lösung aller probleme also wenn man manchen foren beiträgen halt glauben schenken darf meist trifft man solche falschen ratschläge im audiobereich an nehmen wir an dieses gelbe ding hier wäre eine audio leitung ja ich weiß das ist meistens die videoleitung ist aber wurscht wenn ihr eine brummschleife habt dann hilft euch das hier gar nichts am ende des tages funktioniert es ja so ihr schließt es hier um die leitung und ich habe euch ja vorher schon erklärt dass funk störungen dadurch unterdrückt werden sollen und ja wie funktioniert das eigentlich also jedenfalls das könnt ihr euch merken es macht euch keine brummschleifen in audiosystemen kaputt oder repariert sie nicht was ist eine brummschleife wenn er jetzt hier immer an das wäre ein stereo audio kabel er verbindet zwei endgeräte und plötzlich fängt es zum brummen an er kriegt es nicht weg aber das ist eine neue geschichte wenn euch das interessiert da werden wir ein andermal drüber sprechen und um jetzt zu verstehen was das ding hier macht müssen wir leider ein kleines bisschen abtauchen in die elektrotechnik so und jetzt zeige ich euch ein bisschen was das teil wirklich macht zur demonstration habe ich jetzt hier ein frequenzgenerator der erzeugten rechteck im detail relativ egal und ein spektrum analyzer der gibt das wieder aus und natürlich ist es eine furchtbare verbindung also alle von euch die unter hochfrequenz technik irgendwas verstehen die werden natürlich sofort schreikrämpfe kriegen ich habe hier zwei ganz normale banalen stecker benutzt um das zu verbinden wir sehen jetzt hier eine steigende frequenz und nach oben pegel je höher der pegel desto mehr wumpf ist dahinter so ein dingens ist hier fünf db wir haben insgesamt eine skala von dbm und was wir jetzt hier sehen auch das ist jetzt im detail gar nicht so wichtig wir haben jetzt hier ein rechter generator mit fünf megahertz und das sind alle möglichen oberwellen die von hier nach hier übertragen werden hier im bereich irgendwo ist radio fängt dann mal hat radio an was will ich demonstrieren ich will euch demonstrieren was passiert wenn ich diese doppel leitung hier nehme ich bringe es euch mal ganz ins bild wenn ich diese leitung nehme und die in den verrät rein stecke ich mache mir die messung ein bisschen langsamer dann wird es auch ein bisschen genauer das hat aber für euch den vorteil dass muss nachher besser erkennt und aufgrund der machten meines videoschnitts kann ich nachher das alles hier so ein bisschen beschleunigen so also wir sehen jetzt hier dieses signal das musste aussehen und jetzt stopfe ich das hier einfach in den verrät rein und ihr seht wenn er ganz genau hinschaut eigentlich nichts das war ja toll oder es ändert sich nichts bis auf eben kleinere änderungen die durch rauschen entstehen und weil diese leitungen natürlich überhaupt keine guten hf eigenschaften haben und wenn ich die nur am mucke säcke bewegt erinnert sich natürlich die übertragungseigenschaften dieses gesamtsystems was soll jetzt das wie schon der dichter sagen würde was soll das ich ändere eine kleinigkeit und dann erkläre ich euch warum es so ist und was das ganze für relevanz hat machen wir die sache noch mal rückgängig ich trenne die beiden hier jetzt seht ihr das auch das hat ein bisschen auswirkungen auf signal ich habe die leitung nach auseinander gezogen und jetzt schließe ich die leitung wieder was passiert das signal ist zurückgegangen man sieht vor allem in denen drei hier wie gesagt ein kasten ist fünf db und das ist schon relativ viel ja also ich denke das sieht man schon was aber was ist jetzt eigentlich passiert warum funktioniert es oder warum werden die höheren frequenzen gedämpft also wir sehen jetzt hier dass die frequenzen im radiobereich etwas gedämpft werden ich kann den effekt natürlich noch vergrößern da kommt jetzt wieder jeder drauf mit ein bisschen vorkenntnissen in elektrotechnik ich kann jetzt hier einfach eine spule machen war nichts anderes passiert hier das muss ich was festhalten als jetzt habe ich eine spule mit zwei windungen hier gebaut und jetzt ist der effekt noch deutlicher sichtbar und jetzt kommen wir zu dem bereich wo vielleicht einige von euch jetzt wieder keine lust haben werden kurz ein bisschen theorie grundsätzlich erzeugt jeder strom durch eine elektrischen leiter ein magnetfeld das ist jetzt ein bisschen physik ist aber nichts neues er hat so die rechte hand regel blaben der strom so rum fließen jetzt können über technische strom richtung und so weiter diskutieren was wir wollen das ist dann das magnetfeld kann man aber auch relativ wenig effekte damit erzeugen deswegen geht man dann dazu über dass man leiter aufwickelt und hat eine spule draus macht und wenn ich jetzt noch ein eisenkern dazu mache jetzt nehme ich hier einfach mal hier diesen schraubendreher und wir tun so als wenn der erst voll eisen wäre so mit diesem eisenkern kann ich das magnetfeld weiter verstärken ja ich weiß es ist jetzt nicht physikalisch ganz sauber ausgedrückt aber akzeptieren was halt einfach mal und ich kann damit auch die energie die in dieser anordnung steckt erhöhen ich weiß dass es physikalisch nicht ganz korrekt ist aber es wird uns jetzt erst mal taugen so jetzt müssen wir eine sache akzeptieren wenn durch dieses ding strom fließt dann ist in diesem magnetfeld energie gespeichert und energie kann nicht springen immer wenn energie springen muss dann passiert etwas was in die richtung explosion geht jedenfalls wenn der sprung zu arg deswegen mag dieses ding keine änderungen das führt dazu dass diese anordnung hier erstens man gar keine lust hat ein magnetfeld aufzubauen das heißt wenn wir das entsprechend vergrößert hier und ihr wollt einschalten dann denkt sich das erste mal na 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 da lass ich erstmal gar kein strom durchfließen im markt ist nett strom ist was was ich hier nicht ändern sollte und deswegen hat eine spule erstens einmal die wirkung dass beim einschalten wenig strom fließt und der im lauf der zeit ansteigt bis dann irgendwann die änderung minimal ist weil der strom weiter angestiegen ist und dann ändert sich das magnetfeld nicht mehr und dann fließt eben der strom durch das teil durch der einfach dem umschen widerstand dieses drahts entspricht wenn ich jetzt ein sich änderndes signal drauf gebe und jetzt kommen wir an das beispiel vom anfang zurück dann wird das gedämpft durch diese spule weil die spule sich denkt dann hat es ändert hier ändert sich viel zu viele binderbrecher konservativ der strom hier darf sich nicht ändern je schneller sich das signal ändert also je häufiger pro zeiteinheit desto weniger gefällt es der spule und deswegen dämpft die spule frequenzen je mehr je höher die frequenz ist damit sind wir jetzt eigentlich fertig oder auch nicht denn eine kleine sache ist jetzt noch nicht ganz klar geworden nehmen wir mal zwei leitungen tun wir einfach mal so wie wenn am ende ein verbraucher wäre kurzschluss ist auch ein verbraucher aufräume hier so auf der linken seite jetzt hier wäre jetzt eine quelle ich tue die mal aus dem bild weil dann seht ihr nicht dass die stecke offen sind jetzt lasse ich hier ein strom fließen durch diese leitung also ich weiß ich hier eine spannung ein rot ist und schwarz ist minus könnte auch andersrum sein aber das irritiert was passiert mit dem magnetfeld nehmen wir an ich schaffe es die leitung möglichst nah zusammen zu machen ihr wisst es eigentlich weil ich es vorher erklärt habe nur der eine strom hier machen wir mal jetzt hier technische strom richtung also dann fließt der strom hier so rum und der strom hier fließt so rum und die löschen sich aus sauber sorge also in einer idealen welt abwechern was bleibt natürlich immer übrig weil halt hier die welt nicht ja alles ist jetzt an dieser stelle hier kein resultierendes magnetfeld durch den fließenden strom jetzt mache ich da eine spule draus oder ich mache jetzt eine spule mit einer wicklung daraus weil das ist ja nichts anderes hier ich tue diesen eisenkern darüber und damit habe ich eigentlich eine spule mit einer wicklung mit beiden drähten gemacht was macht diese spule jetzt wenn ich jetzt hier einschalte ich habe vorher erklärt kommen wir zu dem beispiel von vorher zurück damit man das jetzt einfacher transponieren können das wäre also im prinzip das beispiel von vorher machen wir das gleiche mal so nehmen wir mal dieses beispiel jetzt hier von vorhin ich schalte jetzt rabiat den strom ein und es passiert gar nichts das ist dem strom relativ wurscht weil es ist hier gibt hier kein resultierendes magnetfeld ich kann hier auch ein wechselndes signal reinlassen man merkt nichts davon und das ist auch genau das was wir vorher gesehen haben ich habe auf beiden hier ein signal eingespeist und es hat keine auswirkungen gehabt und jetzt ist die verwirrung komplett weil trotzdem sage ich euch dass das hier rundfunk störungen unterdrückt und das folgende ist natürlich jetzt wieder ein denkmodell wir stellen uns jetzt mal euren computer vor weil ich habe euch vorher gezeigt dass wir hier ein grafikkabel haben zum beispiel und im computer ist irgendein bämmel wie ich immer so schön sage also hier ist irgendwo stecker und da geht es in den computer rein und ich vereinfache das jetzt natürlich es besteht das signal nicht aus zwei leitungen also das signal bewegt sich nicht auf diesen zwei leitungen das ist klar aber nehmen wir an dass wir euer computer und das wäre euer monitor man muss mal so ich wollte schon wieder eine bildröhre dem egal so und jetzt haben wir hier hoffentlich diesen ferrit bämmel und wir haben hier das mal ich mal dazu zur vereinfachung rein wir haben hier den erdboden um das ganze so ein bisschen einordnen zu kennen stellen wir uns das einfach so vor hier ist eine störquelle und die störquelle erzeugt einfach ein stör signal gegenüber dem erdboden und dieses stör signal das hüpft hier aus dem gehäuse raus auf dieser leitung also das ist hier auch immer noch gegen ground weil der computer das könnte man vielleicht auch so ein zeichnen ist hier auch gegroundet es gilt natürlich auch wenn er jetzt nicht geerdet ist aber um jetzt dieses beispiel hier so einfach zu halten wie es irgendwie geht das heißt diese zwei leitungen hier die bilden eigentlich eine spule für dieses hf signal also anders gezeichnet das links hier ist euer computer das wäre das gehäuse hier geht euer stör signal das ist hier die störquelle raus und das trifft jetzt hier auf eine spule und geht hier zum monitor das heißt die spule unterdrückt diese common mode störung wie sie heißt also wir haben hier eine spule gebaut der dieses differenz signal zwischen diesen beiden leitungen hier dieses signal da das ist der spule völlig wurscht also diesem ferrit weil jedes signal dieses differenzielle signal jedes von diesen signalen erzeugt ein magnetfeld der sich mehr oder weniger kompensiert hier auf der leitung und das kriegt dieser ferrit gar nicht mit aber die signale die dieses diese gesamtleitung hier nur verwenden als antenne die werden eben durch die gebildete spule von diesem ferrit gebremst sie werden gedämpft und das ist genau was dieses ding macht und jetzt könnte natürlich die frage stellen gehört das ding mehr links oder mehr rechts in einer idealen welt eigentlich mehr auf der computerseite aber auch das stimmt nicht so wirklich weil der monitor selber der hat ja jede menge schaltnetzteile und gelumpe und diese ganzen kabel nach draußen die bilden wenn das gehäuse sonst geschlossen ist eine möglichkeit eben für die radio störungen dann nach außen zu kommen und das war jetzt eigentlich schon das geheimnis des bämbels für alle die neu auf dem kanal sind und jetzt bis hierher durchgehalten haben ich mache ab und zu so grundlagen sachen man muss aber fairerweise sagen oft mache ich andere sachen ich habe so ein bisschen den ruf alle sachen kaputt zu machen und der stimmt auch der hintergrund ist auch dass bestimmte sachen am besten zu testen sind wenn man sie zerlegt oder wenn man sie bis an ihre grenzen bringt also solche sachen findet ihr jetzt hier und ab und zu eben solche grundlagen wenn er mehr wissen wollt dann schaut den rest vom kanal an und ich habe natürlich noch andere kanäle ich habe noch ein laber kanal da wird nur gelabert das kann ja auch gut und dann gibt es einen kanal da geht es über video film fernsehen serien ich denke für heute reicht es mal schaut mal in den angepinnten kommentar bevor er kommentare verfasst weil vielleicht habe ich jetzt irgendwas übersehen oder nicht sauber dargestellt und dann werde ich da korrigieren und ansonsten versuche ich am anfang ansofern den ersten paar wochen wo das video online ist eure fragen zu beantworten aber wie gesagt schaust erst einmal bei den anderen kommentaren weil es passiert hat leider oft dass eine frage öfters gestellt wird und so viel zeit habe ich leider auch nicht ich hätte gern aber ich kann nicht jedem sein kommentar beantworten tut mir leid aber ich versuche so weit es irgendwie geht bis zum nächsten video ja 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 ja